Ich präsentiere Ihnen unsere News der Woche. Alle weiteren Infos finden Sie im News-Blog. Link im Text. Die Schaffung eines eigenen Bauministeriums ist ein großer und wichtiger Fortschritt. Energiewende im Gebäudebestand ist zum Scheitern verurteilt. Der vorliegende Vertrag ist die Chance auf eine Kehrtwende in der deutschen Wohnungspolitik. Der Anfang ist gemacht. Jetzt müssen Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen. Der Koalitionsvertrag enthält sehr richtige Vorschläge, um die Klimaziele bis 2045 zu erreichen. Das waren unsere News der Woche. Alle weiteren Infos finden Sie im News-Blog. Link im Text. Das war's für ihr Ei-Leignis. Untertitelung des ZDF, 2020